Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Reefarming LS19 mit Zuellet hier auf der Bühnenfelder Land, so und jetzt kommt ein paar Schülern an die Ecke, aber das ist gar nicht praktisch, äh das ist zeitlich entdecken, aber dann habe ich hier gleich die Balken abgedeckt ein Stück haben sie noch ein Stück habe ich noch gut andersrum lenken und nicht einschlagen noch ein Stück gut andersrum und vor andersrum noch ein bisschen vor eins geht und komplett rechts und rückwärts andersrum andersrum ja und zurück gut ist ein bisschen schwierig ja ja ich glaube ich hätte von da wieder rein fahren sollen das wäre praktischer gewesen ja überlassen sie mir mal kurz das ist ja nicht ganz ausbeugen das ist ja nicht ganz ausbeugen und ja 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 reicht reicht das ist ja nicht ganz aus da sind die paletten die paletten geben zum Glück nach die paletten die paletten die paletten Achtung, ich muss gerade noch mal die Paletten darunter nehmen. Achtung, ich muss gerade noch mal die Paletten darunter nehmen. Also wenn sie mal Abwechslung bräuchten, dann würden sie auch mal bei mir arbeiten. Ich komme darauf zurück. Bei mir gibt es vielfältige Arbeit und es stinkt nicht so wie bei den anderen. Ich habe nur ein paar Hühnchen. Gut, dann steigen Sie nochmal in den Xerion. Ich fahre Ihnen voraus mit dem LKW. Okay. Soll ich drehen oder? Ja, fahren Sie einfach mal her, wenn es geht. Soll ich ein bisschen auf. Soll ich auf. Und dann mit dem LKW. Soll ich das mit der Äpfung. Soll ich es noch ein bisschen an. Soll ich es noch mal. Soll ich es noch. Und dann kann er da nochmal mit dem LKW drin fahren. Und dann kann er da nochmal mit dem LKW drin fahren. Und dann kann er die Wand blinken an, dass er das mit der Pizza nicht vergisst. Eine Schreckenskurve. Eine Schreckenskurve. So, fahren Sie gerade nochmal unter den Trichter. Und dann kann er das mal voll machen. Und dann kann er das mit dem LKW drin fahren. Und dann kann er das mit dem LKW drin fahren. Und dann kann er das mit dem LKW drin fahren. Und dann kann er das mit dem LKW drin fahren. So, dann fahren wir jetzt nochmal ins Sägewerk und dann schwingen wir um auf dem LKW. Verstanden. Soll ich Ihnen hinterher fahren? Sie können auch voraus. Dann sehe ich mal, wie Sie so fahren. Sägewerk, da muss ich jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Da, wo wir hergekommen sind. Können Sie am Anfang. Links raus, immer geradeaus und vor meinem Hof nochmal links. Gut. Ich werde jetzt einfach die Straße machen. Sollte Was macht der denn? Sie hat fast nur das Licht gekostet. So, jetzt habe ich leider keinen Traktor da am Hof, sonst hätte ich die Eier gleich nochmal verladen, wenn ich die noch verkaufen fangen. Ich glaube wir machen hinten den Holztrailer dran. Kann er mit dem nochmal fahren, auch interessant, ist ein langes Gespann. Und dann... Achso ne, der hat sein Traktor hergestellt. Okay, dann muss der abnehmen. So, nur ein Kipzer. Ja, jetzt ist es so zweit geworden. Oh ne, ey. Aber noch nicht. Dadurch bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Kann ich hier auch reinfahren? Ja, ich mach das Tor kurz auf. Moment. Da können Sie da grad meinen Traktor abstellen. Dann kann ich hier auf den Kuchen kommen. Soll ich es dir, wenn ich jetzt die Kuchen komme, ich habe das Kuchen. Ich bin so sehr bereit, dass ich hier in der Kuchen komme. Ich habe zuerst den Kuchen. Genau, ich habe das Kuchen. Können Sie gerade drüben mal den Anhänger abkoppeln und den Xeo ein bisschen vorsetzen? Jo! Dann haben wir den Annaburger hier dran, dann können wir mit dem LKW die Hackschnitzel aufhören Als der da dran geht, ich hoffe So, gut, dann springen Sie mal hier rein LKW ist im Grunde nichts anderes wie ein Auto, nur ein bisschen größer Also, geben Sie Gas War es ja schon gestartet, ja Ziel bleibt gleich, trotzdem der Wald Sägewerk Müssen Sie auch nur noch ein bisschen auf den Wendekreis achten Verzögert ein bisschen Wo fahren Sie denn hin? Oh, weiß ich gerade selbst nicht Sehr schön Raus aus dem Hof, muss man Bin ein bisschen neu hier Man merkt's, aber alles gut Wir machen das schon ziemlich gut Hatte ich schon ganz andere Chaoten Da müssen Sie mich mal ein bisschen navigieren, weil Ja, einmal links und wieder rechts Links Und denken Sie an den Wendekreis Genau Und dann vorne wieder rechts So, liebe Leute Ihr macht es ganz gut Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, Abo oder einen Kommentar Schaut morgen wieder rein 16 Uhr wie gehabt Bis dahin, macht's gut Tschüss Glock 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 Glock